Moin Leute, was geht ab? Willkommen zu einer speziellen Folge von Pokémon Stränder mit jemand. Heute erkunden wir die Welt. LOL Oder ist das ein Item? Let's go, Feuersturm, Alter. Ich wusste, dass hier irgendwo eine TM ist. Let's go, TM. Ich weiß nicht, was das ist. Kraftschub auf der Gruppe ändern. Ich kann eine Gruppe machen. LOL. Natürlich hast du eine Gruppe so. Eine Gruppe für die Mitglieder bekommt. Mal gucken, Gruppe beitreten. Sehr viel. Oh, zur Auswahl. Info. Ach so, jeder Zuschauer, los, äh, join meine Gruppe. Let's go, let's go, let's go. Guck mal, die Fliegklaue. Let's gooo. Wow. Wow. Yay. Cool. Let's gooo. Let's gooo. Let's gooo. Wow. Ein Pokéball. Yes. Met jams, met jams. Nice. 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 Eierstatus. ... Nice. 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 cool pokémon historie let's go no isable ever wow 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 LOL Cool 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 Eine Uhr Cool Let's go TMS TMS Let's go Let's go Let's go Cool Eigene TM Leute das war's mit den ersten Teil des Item Summits Wir sind so immer wieder typisch You medium window which shows that